Hallo ihr da draußen, wir sind Anna und Alice vom Trio Mezzo Voce. Normalerweise singen wir zu dritt, aber da man sich im Moment nur maximal zu zweit versammeln darf, fehlt heute Katharina. Und leider ist es ja auch sehr still geworden draußen auf den Straßen und auch in den Konzertsälen. Diese Stille sehen wir als Chance und Möglichkeit nach innerer Stille zu suchen. Wir haben hier ein Video für euch, in dem wir von dieser Stille singen. Viel Spaß! Stille! 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 St Vertut es, niederseht mir, große Gruß, verbriebt am Himmel. Schlaf, 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 mein liebes Kind, dein Schlaf. Schlaf, 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 sch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020